eigentlich brauchen wir das nicht sollen wir es hier oben noch mal probieren ihr wisst was kommt wieder einer von diesen oh das sind die elitebosse die sollen so super sein weiß nicht hoffentlich bluthund siegel gefängnis des bluthundes das ist solider schaden aber der macht auch alter also wir machen guten schaden gegen ich würde sagen wir können wir könnten das mal probieren aber der macht auch guten schaden also da muss ich echt aufpassen ich bin mal gespannt was der droppt ich mein wir machen hier wieder auf ist okay und ich kann in aller ruhe ohne probleme hier sind schon einige gestorben ich würde sagen der ist einfach ich mein komm schon sind nicht mal so viele leute daran gestorben noch ein boss das ist ein boss okay ja natürlich ja natürlich habe ich nicht getroffen ja Blut und Reißzahn. Was ist der Blut? Oh, Stärke.